Die Drake Interplanetary Vulture ist das erste Salvaging-Schiff für Solo-Piloten in Star Citizen. Als leichtes Bergungsschiff bietet die Vulture im industriellen Spielbereich eine interessante Ausstattung. Die Abmessungen von 34 Meter Länge, 16 Meter Breite und 9 Meter Höhe beherbergen den Kernbereich des Schiffes mit Cockpit, Unterkunft sowie Rohstoffverarbeitung und Laderaum, sowie die Ausleger mit der Bergungstechnik. Also alles, was du auch für längere Bergungsausflüge benötigst. Die Vulture ist als Größe 2 klassifiziert und ermöglicht die Nutzung kleiner Landepads oder Hangars. Die Komponentenausrüstung ist vollständig industriell in der Größe 1, also Small. Als Empfehlung für Bergungstechniker sollte das Quantum-Triebwerk möglichst zeitnah gegen ein militärisches Pendant ausgetauscht werden, um die Spool und Flugzeiten zu verkürzen und im Gefahrenfall schnell fliehen zu können.